So, und jetzt bei mir im Studio ist mein Kollege, der ProSieben-Reporter Thilo Mischke. Und ich habe es vorhin schon gesagt, du hast im vergangenen Jahr den Dokumentarfilm gedreht Europas Vergessener Krieg und warst sogar in den Schützengräben an der Ukraine-Donbass-Grenze und hast dort Soldaten bis an die Frontlinie begleitet. Und ich weiß von dir, dass du sogar noch Kontakt zu einigen hast. Was erzählen sie dir aktuell? Es ist erstaunlich, dass sie, sie sind aufgeregt, aber sie sind immer noch ruhig, weil sie sich an diesen Zustand gewöhnt haben, dass sie sich in einem Kriegsgebiet befinden. Also seit acht Jahren gibt es diesen Frontverlauf. Seit acht Jahren wird laut OSZE fast jede Nacht geschossen. Es sterben Menschen jedes Jahr. Also für die Menschen vor Ort ist das jetzt einfach nur eine heiklere Situation. Jetzt kommt ganz Europa, die ganze Welt aufgeregt auf diese Region. Aber vor Ort ist eben das so, das ist hier unsere Wirklichkeit. Deswegen überrascht es die Menschen dort nicht. Es ist keine überraschende Situation, dass es jetzt eskalieren könnte. Wie muss man sich denn trotzdem dieses alltägliche Leben vor Ort vorstellen? Man kann sich das wie das Leben in Deutschland vorstellen. Also die Menschen gehen nachmittags Kaffee trinken, die essen abends gerne im Restaurant Sushi und sie hören dann eben auch den Artilleriebeschuss oder die AK-47, 20, 30 Kilometer, die hören sie dann nicht. Aber sie hören diesen Krieg und umso näher man rankommt, umso wirklicher ist dieser Krieg. Dann hast du ein Loch im Vorgarten, weil letzte Nacht eben wieder irgendwas rüberkam. Also sie haben sich wirklich mit der Gefahr des täglichen Sterbens arrangiert. Du hast ja die ganze Situation mal mit einem Familienstreit verglichen. Kannst du das mal genauer erklären? Das Dramatische an der Situation in der Ostukraine und in der Ukraine generell ist ja, dass die Menschen in den sogenannten Volksrepubliken sind ja auch Ukrainer, die sich aber manchmal mehr als Russen zum Beispiel verstehen. Und das sind, aber es sind eben Brüder und Schwestern, die wirklich durch eine Linie getrennt wurden. Also man hat wirklich, dass die Verwandtschaft wohnt auf der einen Seite und die andere Verwandtschaft wohnt dort. Und heute habe ich mit großem Bedauern lesen müssen eben, dass in der Ukraine gesagt wird, das sind nicht mehr unsere Brüder. Und sie kämpfen auf ihrem Gebiet gegeneinander, obwohl sie eben noch vor Jahren eins waren. Und das ist wirklich dramatisch und es ist auch kompliziert, eben diesen Konflikt dann so zu verstehen. Ja, absolut. Also kann man, ja, kann man sich wahrscheinlich nicht richtig vorstellen. Genauso wenig wie dieses Gefühl ist, wenn da die ganze Zeit hin und wieder geschossen wird. Hast du ein Gefühl dafür bekommen, wie sich Krieg anfühlt? Kann man das beschreiben? Ja, man bekommt eben ein Gefühl dafür, dass Menschen sich an einen kriegerischen Zustand gewöhnen können. Und das ist eigentlich sehr beängstigend, weil ich bin fest davon überzeugt, würde der Mensch sich nicht daran gewöhnen können, gäbe es, glaube ich, auch viel weniger Kriege, weil man das nicht so ausdauern und so lange und auf der ganzen Welt eben führen kann. Das ist wie Menschen in Afghanistan oder im Irak oder in Syrien, die haben sich auch daran gewöhnt, dass täglich die Gefahr besteht, dass man durch einen Blindgängner, durch eine Waffe, durch eine Granate getötet werden kann. Und das ist eben auch die Wirklichkeit, zwei Stunden von Berlin entfernt. Ja, das hast du auch gesagt, diese Vorstellung, dass man weiß, man setzt sich in den Flieger und ist zwei Stunden davon entfernt. Was macht das mit dir? Ich als Journalist, der in diesen Krisengebieten unterwegs war, ich habe mich daran gewöhnt, dass man sehr schnell in Krisengebieten sein kann. Aber das Erstaunliche ist, wir können uns ja selbst fragen, der Zuschauer, die Zuschauerinnen, Man merkt gerade, was das mit einem macht. Das ist jetzt da, es ist so nah. Der Krieg war immer ganz weit weg in anderen Ländern. Man hat es in Nachrichten gesehen. Und jetzt plötzlich ist da so ein Gefühl, so ein Flimmern, was auch die Menschen zum Beispiel in Kiew, glaube ich, gerade spüren, zumindest berichten sie das. Da ist so eine, passiert es jetzt wirklich? Und das ist erstaunlich, dass dieses Gefühl von Kiew bis nach Berlin, München, Köln, Paris, New York eigentlich reicht. Dass Menschen jetzt überlegen, spare ich jetzt Geld? Muss ich aus Europa raus? Muss ich aus Deutschland raus? Was mache ich? Dass wir im 21. Jahrhundert dieses Gefühl wieder haben, ist das Dramatische. Es ist die Aufgabe für alle Menschen, sich gegen Krieg zu sein. Wir müssen gegen Krieg sein. Es ist so wichtig, dass wir auf die Straßen gehen und Frieden fordern für die Welt. Das klingt jetzt ein bisschen ... Ich weiß, pathetisch, aber es ist so. Man muss sich das genauer vor Augen führen. Wenn du eine Anfrage bekommst, fahr bitte an die Grenze und mach einen Dokumentarfilm, hast du da nicht auch Angst? Wie gehst du damit um? Selbstverständlich habe ich Angst. Egal, welches Kriegsgebiet ich bereise, habe ich im Vorfeld immer Furcht. Dann passiert etwas ganz Interessantes. Auch ich gewöhne mich innerhalb von 24 Stunden an diesen Krieg. Ich habe gemerkt, man wird selber salopp. Man fängt an, den Helm unter der Achsel zu tragen, weil er am Kopf genervt, die Haare jucken. Man macht die Weste an der Seite auf, als Kneif beim Sitzen. Man selber wird so und merkt, es ist ja jetzt gerade nichts. Und dann knallt es. Dann ist man, ich bin ja in einem Kriegsgebiet. Wahnsinn. Dann hoffen wir, dass dir auch weiterhin nichts passiert. Danke für diese Eindrücke und schön, dass du heute bei uns zu Gast warst. Danke dir, Thilo.